guten morgen meine lieben zuschauer zum heutigen jfd die bewiesen radar am 7 september hier bei gottmar tv beziehungsweise auf unserem youtube channel jfd ich grüße sie wir wollen heute mal wieder den yen unter die lupe nehmen und hierbei natürlich auch zwei währungspaare besprechen die wir unlängst schon im fokus haben am australdollar wird gleich folgen schauen wir zunächst auf den us-dollar gegenüber dem japanischen jen der ja auch gestern aufgrund schwacher daten aus den usa gehörig unter druck kam sprich der dollar hat ja ich will sagen eine grobe kelle erfahren tatsache aber ist der us-dollar jen bleibt im abwärtssorg wir sehen hier ja die top bildung seit ende 2014 über 2015 bis eben hin zu 2016 mit der unterschreitung des levels hier um 116 50 etwa das level konnte hier im januar zunächst verteidigt werden aber im februar schlug dann der bär sozusagen durch und das führte hier zu dem was wir seither sehen nämlich eine entsprechende schwäche beim us-dollar und stärke beim japanischen jen das auch hier mal rein im jen index mal visualisiert wir sehen hier sozusagen einen querschnitt des japanischen jens gegenüber diversen währungen hier sozusagen in einer darstellung die uns erlaubt den jen mal sozusagen als währungskorb zu betrachten und da ist sehr schön zu sehen dass wir eben hier nach einer jüngsten schwäche im august jetzt hier wieder stärke erfahren ja hier der september die letzten tage hier wieder geprägt durch anziehende notierung und das war ja auch die annahme die wir im prinzip hier favorisiert haben im aktuell sichtbaren wochenschart sehen wir jetzt eben hier die grobe kelle seit montag also letzte woche ging es hier noch nach oben dann aber hier exakt an dieser trendlinie im abwärts trendkanal auf wochenbasis das währungspaar nach unten gedreht das ist schon sehr vorbildlich aber hier im tageschart hatten wir auch das setup sehr schön kreieren können aber mals scheiterte das währungspaar und das hatten wir schon mehrfach die situation hier geradezu ideal typisch die wiederholungsmuster das währungspaar scheiterte tatsächlich an dieser trendlinie an einem fibonacci level und erschöpfte sich sozusagen damals hatten wir das ganze auch noch mit den heiken aschi kerzen dargestellt schauen sie dazu einfach eins der letzten devisen radar sendungen können sie auf dem youtube channel wie gesagt leicht erfahren und damals ging es eben hier um diese art doji kerze diese unsicherheits kerze neutrale kerze die uns hier schon nach trendfolge prinzipien der heiken aschi kerzen eine gewisse schwäche andeutete und genau das ist auch passiert und insofern ja vortreffliche bewegung jetzt muss man sehen wie weit es eben reicht für weiterfallende preise und ja der tendenzfall zeigt es ja schon an wir sehen im prinzip hier die möglichkeit dass wir nochmals die marke von 100 yen ansteuern und die ist natürlich bekanntermaßen wieder die interventions marke der japanischen notenbank der bank of japan jetzt wird man dann sehen müssen wird hier noch mal interveniert verbal aktiv das wird bleibt mal abzuwarten letztlich denke ich mir von diesem level kann erneut eine gegenreaktion starten aber eins ist fakt und das sehen sie wir haben jedes mal hier seit langer zeit immer tiefere hochs ausgebildet ganz klar nach markt technik ein abwärts trend auch das rainbow prinzip wie zuletzt schon mal gezeigt ich visualisieren noch mal kurz den rainbow im sinne des momentum des negativen momentums hier ganz klares negatives momentum also trend folgend ist die lage hier sichtbar denkbar dass es eigentlich früher oder später zum bruch der 100 yen marke kommen müsste und wenn das passiert meine zuschauer dann wissen sie haben wir hier auf der südseite spielraum bis 96 50 und 94 yen das hatten wir unlängst mal im wochenschart auch definiert sie sehen hier die entsprechenden niveaus gut stundenbasis was bleibt dazu zu sagen heute im aktuellen geschehen bislang noch ein stück weit zurückhaltung wir haben schwäche in der nacht gesehen rein technisch gesehen hier wenn wir auf die news schauen gab es nur etwas aus oder in der früh aus neuseeland und australien hier haben wir dann den index der frühindikatoren bekommen der ein stück weit besser war und das hier eben auch dann die jenstärke ein stück weit antrieb grundsätzlich aber hier die situation dass wir hochgeladen jetzt im prinzip schon deutlich unter dem pivot point sind und auch die eigentliche daily range beinahe schon erschöpft scheint man muss jetzt mal abwarten was da hier heute noch geht letztlich ist wieder viel musik in der nacht gelaufen auf stundenbasis aber wie wir sehen ist es ein abwärtstrend und sollten wir möglicherweise erholungen sehen dürften diese hier in oder im bereich von 102 jen sich erschöpfen man sieht hier vom gestrigen abend und eben dem ausverkauf in der nacht dann hier entsprechende widerstandszone die sich auch sozusagen als cluster muster mit den niveaus hier aus august deckelt beziehungsweise deckt und dass wir hier kurzfristig gesehen sozusagen mal eine widerstandszone die ich meines erachtens als mögliches level für wenn der preis überhaupt dahin kommt für erneute schwäche ansehe so dass der us dagegen mit dem japanischen jen nochmals in die knie geht aber grundsätzlich das damalige setup wie gesagt aufgegangen hätte man hier den einstieg vollzogen im bereich 103 50 103 oder auch mit dem tief dann wäre es sicherlich jetzt an der zeit das risiko zu verringern also hier den stopp runterzuziehen denn natürlich wenn der preis jetzt hier noch mal hoch kommen sollte steigt die gefahr dass es hier zu einer umkehrbewegung kommt und wenn es denn ob wir die 100 nun tuschieren oder nicht mit abprall zu einer starken gegenbewegung kommt dann ist es spätestens so wenn wir das letzte verlaufshoch eben hier bei 104 32 überwinden dann muss man hier praktisch die karten neu mischen aber so ist es nicht denn die schwäche geht voran und wir schauen uns jetzt mal den austral dollar gegenüber dem japanischen jen an der auch hier mustergültig in süden ging der austral dollar zuletzt ja wieder ein bisschen mit stärke aber auch hier die tendenz feinde sie sehen es die chance hatten wir hier auf der südseite gesehen und auch gerade hier vor diesem widerstands cluster im bereich 78 70 78 65 diese zone hier vorbildlich wirklich vorbildlich also es ist schön wenn sowas funktioniert wird nicht immer funktionieren aber in dem fall auch mustergültig der preis wirklich hier an dieses level herangelaufen hier möglich großen spielraum nach chance risiko verhältend dann schon eingeräumt bei der damaligen analyse aber der preis hier exakt gedreht an diesem level und sie sehen heute die aktuelle schwäche und es sieht so aus als würde hier im prinzip tatsächlich auch wieder das niveau hier zum brexit event beziehungsweise die zone um 75 jen angesteuert werden und auch hier ist es so dass ich durchaus davon ausgehe dass wir tiefere preise sehen könnten also hier auch neue los unter umständen das wird sehr spannend aber die tendenz dass der jen hier doch eben noch ein stück weit stärker auftritt ist meines erachtens auf jeden fall gegeben und insofern muss man hier ganz klar die maßgabe in diesem bereich sehen dass das preis level das tief vom brexit event hier im bereich um 72 jen sicherlich nicht das letzte der gefühle war so denn wenn wir dieses niveau erreichen wird es noch mal spannend weil wir dann die tiefste aus 2010 haben schrägstrich hier aus 2011 und sollte es da einen durchbruch geben mein lieben zuscher oje dann hat der jen sicherlich noch mehr stärke der austral doch noch mehr schwäche und dann bröckelt hier sichtlich wir werden es beobachten wir werden es kommentieren ich freue mich auf jeden fall auf sie wenn sie mögen heute nachmittag 15 30 das jfd devisenwebinar kostenfrei für alle einfach auf unserer jfd-website unter live events events aufsuchen anklicken registrieren und so dann werden sie immer eingeladen ich wünsche ihnen einen erfolgreichen handelstag hoffe wir uns bald wieder ihr christian kämmerer und tschüss